Hallo Papa. Hallo, wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie telefoniert nur. Ich bin gleich fertig mit euch. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten Sie da im Ring stehen. Sind Sie zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich habe ja Modus freigenehmt. Das war jetzt aber echte Angst. Ich bin Toni. Toni Erdmann. Da ist zum Video. Ich bin Consultant und Coach. Also das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber... Ich würde keine Feministin. Dann würde ich so ein Typ mit dir gar nicht außerhalb, Gerhard. Ich muss dich verraten. Ich war mit dem Schlüssel. Sorry, Bob, denn mein Vater hat mir das stupide Joke. Willst du mich fertig machen, oder was? Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Hassen Sie die doch alle! Ist eigentlich ein bisschen glücklich hier? Es schwören jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Was findest denn du lebenswert? Ja, da muss man das noch machen und dies. Und während dem geht das Leben einfach vorbei. Von den Eltern kann man ja wirklich viel lernen, muss man sagen. Ja. 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 Vielen Dank.